Lasst uns nie aufhören, einander zu lieben, wichtige Botschaft für uns alle eine Nachricht vom Barkas County Detention Center Tag 48. Ich grüße Sie alle da draußen im Namen Gottes des Vaters und unseres Herrn Jesus Christus. Ich sitze hier eingesperrt, am 47. Tag, und ich weiß immer noch nicht, was passieren wird. Es war wirklich schwer, und es ist schwer, es mit Worten zu beschreiben, aber ich freue mich auch, ein großes Licht in der Dunkelheit zu sehen. Gott hat ein großartiges Werk in meinem Leben getan, und ich bin ihm und euch allen da draußen so dankbar. Ja, ich denke oft an deine Liebe zu mir und meiner Familie, und dafür bin ich so dankbar. Was mir passiert ist, hat wirklich Menschen zusammengebracht. Ich habe so viele Grüße von euch allen da draußen bekommen, von euch, die mir nahe stehen und die ich wirklich schätze und liebe, aber ich habe, auch viele Grüße von euch da draußen bekommen, denen ich seit Jahren nicht mehr nahe stand oder noch nie in der Nähe war. Ja, sie haben mir ihre Gebete, Unterstützung und Grüße geschickt, und es hat wirklich mein Herz erwärmt. Es hat mich auch wirklich dazu gebracht zu sehen, wie unser gemeinsamer Feind Satan es oft geschafft hat, uns auseinander zu treiben, oft wegen kleiner, unwichtiger Dinge. Ich habe Leute da draußen, die einmal meine engen Freunde waren, aber dann passierten Dinge, oft dumme Dinge, Missverständnisse oder Erwartungen, die nicht erfüllt wurden, und unser Feind schaffte es, eine große Klippe zwischen uns zu errichten. Ja, es fühlte sich fast so an, als wären wir Feinde geworden, aber mein Schmerz und die Ketten, die ich jetzt erlebt habe, haben diese Klippe wirklich bedeckt, und ich hatte das Gefühl, dass die kleinen Dinge, die uns trennten, von einer echten Liebe bedeckt waren, einer Liebe, die wirklich eine Menge Sünden verbirgt, eine Liebe, die schnell verzeiht, eine Liebe, die geduldig ist, eine Liebe, die nicht eifersüchtig ist. Selbst wenn eine Person mehr Früchte sieht als die andere, eine Liebe, die langmütig ist und niemals aufgibt, egal was passiert. Ja, diese wahre Liebe, die ich und meine Familie von vielen, die uns nahe standen, gespürt haben, aber auch von Menschen, die sich zuvor so weit weg gefühlt haben, und dafür sind wir wirklich dankbar, hören wir nie auf, uns zu lieben. Mögen wir alle daraus lernen, dass wir keine Feinde des anderen sind. Wir sind Brüder und Schwestern im Herrn. Wir haben den gleichen Vater, und als Familie geben wir einander nicht auf, schon gar nicht so leicht, wie wir es oft tun. Als Familie bleiben wir zusammen. Ja, es gibt Dinge, die wir anders sehen und anders machen können, und wir sollten niemals aufhören, die Wahrheit zu predigen, die Gott uns offenbart hat, egal was passiert. Ich spreche nicht davon, die Wahrheit beiseite zu legen, und um der Einheit willen Kompromisse einzugehen. Die Wahrheit ist sehr wichtig und ich bin bereit, für die Wahrheit zu sterben, die Jesus mir offenbart hat. Aber wir können immer noch lieben, auch wenn wir Meinungsverschiedenheiten mit Menschen haben und wir die Dinge anders sehen. Wieso denn? Weil wir immer noch eine Familie sind. Ein Buch, das ich wirklich liebe und über das ich in den letzten 47 Tagen viel nachgedacht habe, ist Der himmlische Mann mit Bruder Jun aus China. Es ist ein absolut erstaunliches Buch, und er ist ein erstaunlicher Bruder aus der Hauskirchenbewegung in China. Ich fühle mich demütig, wenn ich daran denke, was er in den Gefängnissen in China durchgemacht hat. Meine Reise scheint wenig im Vergleich zu ihm. Hast du das Buch nicht gelesen? Ich empfehle Ihnen, es zu lesen. Du findest es unter dem Link hier. Wir werden den Link hier einfügen. Bruder Jun aus China war viele Jahre im Gefängnis. Ja, er wurde tatsächlich mehr als 20 Mal festgenommen, konnte aber oft fliehen. Er wurde im Gefängnis gefoltert, wie wir es uns nie hätten vorstellen können. Nach Jahren wie diesen floh er schließlich aus China und kam nach Amerika. In dem Buch erklärte er, wie er jetzt im Westen zu seiner großen Überraschung eine ganz neue Form der Verfolgung erlebte, eine Form der Verfolgung, die er in China nie erlebt hatte. In China, wie er sagte, wussten sie, wer ihre Feinde waren, aber was er hier im Westen erlebt hat, war, dass die Angriffe jetzt nicht von den Feinden da draußen kamen, sondern von den Brüdern, von den Gläubigen. Ja, das war ihm völlig neu. Und wie er sagte, er wusste nicht, was schlimmer war, im Gefängnis von denen gefoltert zu werden, die Feinde des Kreuzes oder Seins waren in den Rücken gestochen werden und emotionale Schmerzen wie Lügen und Verleumdung von denen erfahren, die ihre Familie in Christus sein sollten. In Ländern, in denen es keine wirkliche Verfolgung gibt, kämpfen wir leider oft gegeneinander. Aber wenn Dinge passieren wie das, was mit mir passiert ist, bekommen wir plötzlich einen neuen gemeinsamen Feind, Satan, alles, was uns einst getrennt hat, bedeutet so viel weniger, und wir kommen stattdessen zusammen. Das ist wirklich das, was wir hier gesehen haben. Können wir bitte niemals aufhören, uns zu liegen? Können wir daraus lernen und verstehen, dass wir, selbst wenn wir voneinander enttäuscht sind und manchmal große Diskussionen miteinander führen, noch Brüder und Schwestern sind, die denselben Vater haben. Wir sind nicht die Feinde des anderen. Und denken Sie daran, dass diejenigen, die Sie jetzt verleumden, möglicherweise Menschen sind, die Sie eines Tages brauchen, um Ihnen zu helfen. Die ganze Sache mit der Verleumdung frustriert mich schon seit Jahren. Etwas, mit dem Gott in meinem Herzen zu tun hat und etwas, das ich wirklich in den Jüngern Jesu sehen möchte. Ich bin wirklich gedemütigt von dieser Zeit und von Menschen, die noch weiter entfernt sind, wenn es um Lehren geht und was ich glaube. Aufgrund ihres Glaubens an Christus kämpfen sie für mich und beten für meine Freilassung. Ja, im Alltag werden wir keine gemeinsame Plattform teilen, da wir die Dinge zu unterschiedlich sehen, aber unser Glaube in Jesus hat uns trotzdem zusammengebracht. Damit wir in einer Zeit wie dieser füreinander beten und zusammenstehen können, weil wir sehen, dass wir einander nicht Feinde sind. Ich weiß, dass ich nach dieser Erfahrung nicht mehr derselbe sein werde. Ich habe so viel daraus gelernt. Und wie Sie da draußen, die in einer Zeit wie dieser für mich da waren, können Sie wissen, dass ich auch für sie da sein werde, wenn sie jemals an einen Ort wie diesen gebracht werden sollten, auch wenn wir das etwas anders sehen. Du bist nicht mein Feind, und selbst wenn du es wärst, befiehlt mir Jesus immer noch, dich zu lieben und für dich zu beten, und das werde ich tun. Größere Liebe hat kein Mensch als die, dass ein Mensch sein Leben für seine Freunde hingibt. Johannes 15 Uhr 13 Grüße an Sie von einem demütigen und dankbaren Bruder in Christus, der betet, dass wir diese wichtige Wahrheit nie vergessen werden. Lassen Sie uns die Wahrheit niemals kompromettieren, aber während wir sie predigen, verstehen Sie, dass diejenigen, die anderer Meinung sind, keine Feinde sind, gegen die wir kämpfen sollten. Wir können immer noch versuchen, sie in Liebe mit dem zu erreichen, was Gott uns gezeigt hat. Ja, wir alle müssen noch viel lernen. Liebe in Christus, Torben Sondergaard